Moin Leute, herzlich willkommen zum vierten Video aus der Abitur-Playlist aus dem Bereich der Analysis auf erhöhtem Niveau. Hier ist wieder ein Ausschnitt aus einer Abitur-Aufgabe. Nimm dir mal ein bisschen Zeit, mach dir eine Skizze, ist ein ganz wichtiger Tipp und pausier das Video. Diese Aufgabe ist auf jeden Fall ein dicker Brummer, wenn du dir keine Skizze machst. Deswegen machen wir natürlich uns eine kleine Skizze. Tragen wir als erstes einmal diesen Punkt S ein, der liegt genau hier bei 0,1. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wann haben wir überhaupt ein Dreieck, was gleichschenklich ist. Das haben wir nur vorliegen, wenn die Tangente so verläuft. Hier sehen wir ein Dreieck und das ist gleichschenklich. Hier sehen wir einmal die gelben Schenkel, die sind gleich lang. Und das haben wir sozusagen nur, wenn die Steigung der Tangente 1 ist. Es gibt noch die andere Möglichkeit, dass die Steigung negativ ist. Hier sehen wir auch, haben wir ein gleichschenkliches Dreieck. Hier wäre die Steigung minus 1. Wenn wir uns die Funktion angucken, am Ende werde ich sie auch nochmal zeichnen. Da sieht man schon, die Funktion kann eigentlich nur steigen, weil es eine E-Funktion ist. Und dementsprechend kann nur die positive Tangente in Frage kommen. Aber wenn wir einfach mal davon ausgehen, wenn wir gar nicht wissen, wie die Funktion verläuft, gibt es erstmal diese zwei Varianten. Zu zeigen ist jetzt für uns, dass an der x-Stelle 0 muss auf jeden Fall die Steigung 1 oder minus 1 sein, wenn wir gar nicht wissen, wie die Funktion aussieht. Die Bedingung ist dafür also, f' von 0 ist 1 oder f' von 0 ist gleich minus 1. Dafür müssen wir erstmal die erste Ableitung bilden. Das sollte jetzt relativ einfach sein, wenn ihr das schon hinbekommen habt bis dahin. f' von x, einmal die Kettenregel, 0,5 mal 2 mal e hoch 0,5x. Das ist die erste Ableitung. Das können wir noch einmal zusammenfassen, einfach zu e hoch 0,5x. Jetzt setzen wir hier einmal 0 ein, bitte, in die erste Ableitung. e hoch 0,5 mal 0 ist 1, weil e hoch 0 ja 1 ist. Und somit sehen wir, die Steigung der Tangente ist 1. Und somit haben wir genau das gezeigt, was wir zeigen wollten. Die Steigung ist 1 an der Tangente. Die Funktion würde genau so aussehen, eine e-Funktion, die halt um 1 nach unten verschoben ist. Das Dreieck wäre halt gleichschenklich, was mit den beiden Koordinatenachsen eingeschlossen wird. Ich hoffe, du konntest mir folgen, hast die Aufgabe verstanden. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin. Ciao, ciao.